Deutsch lernen durch Hören Wir werden ein Video pro Woche auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen. Abonnieren Sie bitte den Kanal und klicken auch auf die Glocke, damit Sie dann automatisch benachrichtigt werden, wenn ein neues Video online ist. Herr Meiser, Frau Holsten will mit Ihnen reden. Unter vier Augen. Oh, ja, gerne. Wann denn? In zehn Minuten in Ihrem Büro. Pünktlich. Alles klar. Ich komme dann. Wow, das ist ja der Hammer. Heinz, was machst du denn da? Ich bin auf dem Flirtportal. Schau dir mal die Frau hier an. Diese Augen. Ich muss sie treffen. Meine Güte, Heinz. Du kannst doch hier im Büro nicht aufs Flirtportal gehen. Wenn jemand das hört, dann bekommst du eine Abmahnung. Das merkt keiner. Ich lösche nachher den Verlauf. Ich muss diese Frau treffen. Wenn ich ihr jetzt nicht schreibe, dann trifft sie sich vielleicht mit einem anderen. Diese Augen. Herr Meiser, ich warte seit fünf Minuten auf Sie. Wir hatten einen Termin. Hat Frau Schmidt Ihnen nicht Bescheid gesagt? Ähm, ja, doch. Hat sie. Tut mir leid. Es geht um Ihre Arbeitsleistung. Was machen Sie denn da eigentlich? Ich? Warum? Das sind doch nicht unsere Produkte da auf Ihrem Bildschirm. Ähm, nein, sind Sie nicht. Ich war, ähm … Herr Meiser, Ihnen ist doch bekannt, dass Sie während der Arbeitszeit nicht privat ins Internet gehen dürfen. Das dürfen Sie nur in den Pausen. Ihre Leistung ist ohnehin in letzter Zeit sehr schwach. Deswegen wollte ich mit Ihnen unter vier Augen reden. Ja, Entschuldigung, Frau Holsten. Es passiert nicht wieder. Das war ein Notfall. Bitte erledigen Sie diese Notfälle nächstes Mal in der Mittagspause. Ich verstehe ja, dass Ihnen Ihr Single-Leben nicht gefällt. Aber dafür nutzen Sie bitte Ihre Pausen. Wir erlauben unseren Mitarbeitern ja wirklich schon viel. Aber das geht eindeutig zu weit. Zumal Sie in der letzten Zeit schon öfter aufgefallen sind. Ständig verpassen Sie Ihre Termine. Ich hoffe, Sie haben an die Präsentation unseres neuen Produktes gedacht? Ähm, ja, die ist so gut wie fertig. Das will ich hoffen. Unser Kunde kommt um 14 Uhr. Bis dahin muss alles perfekt sein. Und enttäuschen Sie mich nicht wieder. Oh nein! Da fährt man einmal mit der Bahn und dann passiert so etwas. Was soll ich denn jetzt tun? So kann ich das Rad nicht benutzen. Oh, schöner Mist. Hallo, Sie da! Sind Sie für Transportschäden zuständig? Äh, ja. Guten Tag, junge Frau. Wo ist das Problem? Ich komme eben mit dem ICE aus Stuttgart. Ich hatte mein Fahrrad dabei und es in diesem Extrawaggon angeschlossen. Jetzt habe ich es gerade von Ihrem Kollegen wiederbekommen. Und sehen Sie mal, da ist eine Acht im Vorderrad. Übrigens sind viele Speichen gebrochen. So kann ich das Rad nicht benutzen. Mein Urlaub ist im Eimer. Oha, das sieht ja übel aus. Aber ich kann Ihnen helfen. Das ist Transportschaden. Wenn Sie eine Fahrkarte bei uns kaufen, haben Sie automatisch das Recht auf Schadensersatz. Naja, Schadensersatz klingt ja gut und schön. Aber womit soll ich denn jetzt meinen Fahrradurlaub machen? Eine Reparatur wird ja dauern, wenn es überhaupt möglich ist, mein Rad zu reparieren. Keine Aufregung. Solche Dinge kommen immer wieder einmal vor. Ich nehme den Schaden jetzt erstmal auf. Ja, und dann? Wie geht es dann weiter? Dann geben Sie das Rad in eine Werkstatt. Die Rechnung reichen Sie uns dann ein. Und wir überweisen Ihnen dann den Betrag auf Ihr Konto. Moment. Ich muss das alles erstmal zahlen? Ich bin Studentin. So viel Geld habe ich nicht übrig. Und wie mache ich dann meine Radtour? Sie können sich in der Werkstatt, die Ihr Rad repariert, ein Ersatzrad ausleihen. Das zahlen wir natürlich auch. Na toll. Der Urlaub fängt ja prima an. Also ich kenne mich in Hannover nicht aus. Können Sie mir denn eine Werkstatt in der Nähe nennen? Aber sicher doch. Die Firma Radlfix ist gleich um die Ecke. Also gut. Ich hoffe, die Werkstatt hat noch geöffnet. Es ist gleich 18 Uhr. Ja, die hat bis 20 Uhr geöffnet. Ich wünsche Ihnen trotz der ganzen Unannehmlichkeiten einen schönen Urlaub. Dankeschön. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Hoffentlich nicht. Vielen Dank für Ihren Anruf. Sie sind verbunden mit der Praxis Schneider. Da wir gerade Urlaub machen, ist unsere Praxis vom 5. bis 20. August geschlossen. Ab dem 21. August sind wir wieder für Sie erreichbar. In dringenden Fällen erreichen Sie unsere Vertretung, Praxis Dr. Ulrich, unter folgender Telefonnummer. 28 33 14 77. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und stehen bald wieder zu Ihrer Verfügung. Na ja, ich rufe mal die Vertretung an. Hier Praxis Dr. Ulrich, Heike Schäfer. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Guten Morgen. Mein Name ist Anna Krüger. Ich hätte gern einen Termin bei Dr. Ulrich. Waren Sie schon einmal bei uns? Nein. Eigentlich bei Herrn Dr. Schneider, aber er ist im Urlaub. Stimmt, wir sind Vertreter für Herrn Dr. Schneider. Sind Sie gesetzlich oder privat versichert? Ich bin gesetzlich bei der AOK versichert. Okay, bei der AOK. Ähm, können Sie nächsten Donnerstag um 15 Uhr kommen? Geht es nicht früher? Ich fühle mich nicht gut. Sie hören vielleicht, dass ich stark erkältet bin. Ja, das hört man. Die letzten zwei Tage ist es ganz arg und gestern Abend hatte ich auch relativ hohes Fieber, so 40 Grad. Und heute Morgen habe ich auch die Temperatur gemessen. Da hatte ich noch 39. Und es wird jetzt mit den Halsschmerzen auch immer schlimmer. Kann ich vielleicht noch heute vorbeikommen? Na, wenn es so akut ist, dann können Sie auch heute ohne Termin kommen. Aber da müssen Sie etwas länger warten. Gut, äh, wie lange ist die Praxis heute geöffnet? Unsere Sprechstunde geht bis 12 Uhr. Aber seien Sie bitte bis 11 Uhr da und vergessen Sie Ihre versicherten Karte nicht. Nein, die bringe ich bestimmt mit. Vielen Dank. Bis gleich. Bis gleich dann. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin Anna Krüger. Ich habe vor einer halben Stunde angerufen. Ich glaube, ich habe mit ihrer Kollegin gesprochen. Ah ja, kann sein. Sind Sie zum ersten Mal bei uns? Ja. Gut. Und wo sind Sie versichert? Bei der AOK. Die Versichertenkarte, bitte. Ja, hier ist sie. Danke. Und hier ist der Patientenbogen. Bitte füllen Sie den aus und bringen Sie ihn mir, wenn Sie fertig sind, ja? Das mache ich. Hier, bitte. Danke. Sie können drüben im Wartezimmer Platz nehmen. Herr Dr. Zimmermann ruft Sie dann auf. Alles klar, danke. Anna Krüger, bitte in den Raum vier. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag. So, was haben Sie denn für Beschwerden? Naja, ich habe jetzt schon länger ziemliche Kopfschmerzen und Halsschmerzen. Ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht mehr schlucken. Es tut immer weh. Sie klingen ja ganz schön erkältet. Außerdem habe ich seit vorgestern auch Husten und hohes Fieber und jetzt ist es so, dass der Husten nicht weggeht. Na, dann schaue ich mir das mal an. Bitte einmal den Mund aufmachen und A sagen. A. Noch einmal bitte. A. Danke. Ja, der Hals ist ziemlich rot und da sehe ich schon eine Mandelentzündung. Ich werde Sie mal kurz abhören. Wenn Sie bitte den Oberkörper freimachen. Mhm. Okay, dann ganz tief einatmen und ausatmen. Und nochmal einatmen und ausatmen. Okay. Na ja, Frau Krüger, das ist schon noch sehr verschleimt und... Also, es hört sich schon nach einer leichten Bronchitis an. Ist es so schlimm? Machen Sie sich keine Sorgen. Das kriegen wir wieder hin. Also, ich gebe Ihnen erst einmal eine Spritze gegen die Schmerzen. Spritze? Was denn? Haben Sie etwa Angst vor einer Spritze? Nee. Na ja, ich war letzten Monat im Krankenhaus. Bei mir wurde Blut abgenommen. Und als ich die Spritze gesehen habe, da ist mir ganz schlecht geworden. Ich habe geschwitzt und mein Herz hat immer schneller geklopft. Diese Spritzen, das war schon immer ein Problem für mich. Ich bin fast umgefallen. Keine Angst. Ich habe einen Trick. Ach ja? Ja. Sind Sie gegen Penicillin allergisch? Nein. Hier können Sie sich freimachen und dann legen Sie sich bitte erst einmal auf die Untersuchungsliege. Dann müssen Sie einfach die Luft anhalten. So. Also nicht atmen. Achtung, das piekt ein bisschen. Sie können die Hose wieder hochziehen. Ist das schon vorbei? Ja, schon vorbei. Das habe ich ja gesagt. Sie werden sehen. Das wird dann schnell besser werden. Aber bleiben Sie die nächsten Tage im Bett und schonen Sie sich. Okay, das mache ich. Ich verschreibe Ihnen noch etwas gegen die Halsschmerzen und schreibe Ihnen auch Penicillin gegen die Entzündung auf. Das nehmen Sie bitte, bis die Packung alle ist. Auch wenn es Ihnen schon wieder besser geht. Alles klar. Und die Tabletten helfen gegen das Halsweh und Fieber. Und wie muss ich das nehmen? Dreimal täglich und dann wird es Ihnen sicher schnell besser gehen. Müssen Sie arbeiten? Ja, ich muss freitags und samstags arbeiten. Okay. Ich schreibe Sie jetzt krank bis, zumindest mal bis Samstag. Sie müssen sich unbedingt ausruhen. Ja, mache ich. Sie bekommen dann das Rezept und den Krankenschein draußen bei der Sprechstundenhilfe. Gut. Dankeschön, Herr Doktor. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Venus Haushaltsgeräte Reparaturservice. Hier ist Frau Sauer am Apparat. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Frau Sauer. Mein Name ist Braun. Bin ich jetzt richtig beim Reparaturservice für Kaffeemaschinen? Ich habe nämlich ein ganz großes Problem. Da sind Sie hier genau richtig. Wir bieten einen Reparaturservice für alle Arten von Geräten an. Kaffeemaschinen, Waschmaschinen, Kühlschränke, Geschirrspüler und sogar Staubsauger. Was haben Sie denn für ein Problem mit Ihrer Maschine? Sehr schön. Ich habe vor zwei Jahren eine vollautomatische Kaffeemaschine von Siemens gekauft. Bisher ist die Maschine immer ohne Probleme gelaufen. Aber heute Morgen wollte ich mir wie immer meinen Espresso zum Frühstück machen und die Maschine hat gezischt und geblubbert, aber es kam nur ein eiskalter Espresso raus. Oh, das tut mir ja leid, Herr Braun. Erklären Sie mir doch bitte einmal genau, was Sie heute Morgen an der Maschine gemacht haben, um einen Kaffee zu trinken. Okay. Also ich habe wie immer Wasser in die Maschine gegossen und dann die Bohnen oben eingefüllt. Dann habe ich meine Tasse darunter gestellt und auf die Taste für Espresso gedrückt. Dann hat die Maschine ein zischendes Geräusch gemacht, wie immer. Aber es kam unten nur ein kalter Espresso raus. Das ist ja nicht so, wie es sein sollte. Haben Sie denn schon einmal in der Bedienungsanleitung Ihrer Maschine nachgesehen, ob dort so ein Fehler aufgeführt ist? Nein, das habe ich nicht. Ich habe die Kaffeemaschine vor zwei Jahren gekauft. Ich weiß nicht, wo ich die Bedienungsanleitung habe. Wahrscheinlich hat meine Frau die Anleitung in den Müll geworfen, als wir letztes Jahr umgezogen sehnt. Das ist kein Problem, Herr Braun. Ich schaue gern in meinem Computer nach, ob ich die Anleitung finde. Das ist super. Vielen Dank. Welche Kaffeemaschine haben Sie? Das ist ein Kaffeevollautomat EQ9S700. Ich habe die Anleitung gefunden. Dort steht, wenn Ihre Kaffeemaschine das Wasser nicht aufwärmt, ist wahrscheinlich der Heizstab defekt. Bitte rufen Sie einen Servicetechniker an, damit das defekte Teil ausgetauscht wird. Na, das trifft sich doch gut. Ich habe Sie ja bereits angerufen. Genau, Herr Braun. Sie haben also alles richtig gemacht. Ich erfasse den Auftrag nur schnell in unserem System und gebe ihn dann an die Serviceabteilung weiter. Dort wird sich dann ein Servicetechniker bei Ihnen melden und einen Termin mit Ihnen vereinbaren. Wie lange wird das denn dauern? Ich kann ja jetzt morgens keinen Kaffee trinken. Ohne meinen Kaffee zum Frühstück werde ich gar nicht richtig wach. Und ich muss doch für meine Arbeit als Buchhalter bei der Sparkasse fit sein. Ich werde der Serviceabteilung mitteilen, dass es dringend ist. Dann wird sich heute noch jemand bei Ihnen melden. Vielleicht können Sie ja bis dahin auf der Arbeit Ihren Kaffee genießen. Oder haben Sie auch eventuell einen Bäcker auf dem Weg zu Ihrer Arbeit? Ja, natürlich. Ich fahre jeden Tag mit dem Bus zur Arbeit. Direkt an der Bushaltestelle ist ein Bäcker, der wunderbaren Kaffee verkauft. Dort werde ich wohl heute einmal meinen Kaffee trinken. Vielen Dank. Kein Problem. Dafür sind wir ja da. Ich leite Ihren Auftrag nun weiter und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Das wünsche ich Ihnen auch. Danke. Und sollten Sie noch Fragen oder Probleme haben, dann rufen Sie mich einfach wieder an. Ich werde Ihnen dann weiterhelfen. Das mache ich, Frau Sauer. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Guten Morgen, Frau Berger. Bitte nehmen Sie Platz. Sie hatten mir am Telefon gesagt, dass Sie eine Wohnung in Bielefeld suchen? Ja, genau. Ich habe schon in der Zeitung geschaut, aber da gibt es keine Wohnung in dieser Größe. Deswegen wende ich mich direkt an Sie. Als Makler können Sie mir sicher besser helfen. Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Wie groß soll die Wohnung denn sein? Also, wir brauchen mindestens fünf Zimmer. Wir sind vier Personen. Mein Mann, meine Mutter, mein Sohn und ich. Jeder braucht ein eigenes Zimmer. Und ein Wohnzimmer ist auch wichtig. Und eine große Küche. Wir brauchen die Wohnung recht schnell. Wir möchten gerne, dass meine Mutter bei uns wohnt, sonst kommt sie in ein Altenheim. Ah, ich verstehe. Muss die Wohnung rollstuhlgerecht sein? Ja, auf jeden Fall. Noch kann meine Mutter zwar selbst gehen, aber das wird sich bald ändern. Sie ist sehr krank. Wenn Ihnen die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr nicht so wichtig ist, hätte ich hier zufällig ein Angebot für Sie. Nein, das ist nicht wichtig. Wir haben zwei Autos und mein Sohn hat ein Mofa. Da brauchen wir keinen Bus und keine Bahn. Dann schauen Sie doch mal hier. Ein Häuschen auf dem Land. Das Dorf heißt Hummeldorf und ist etwa 20 Kilometer südlich von Bielefeld. Sechs Zimmer. Zwei davon sind im Erdgeschoss. Da könnte Ihre Mutter wohnen. Eine große Wohnküche, in der die ganze Familie zusammen frühstücken und essen könnte. Übrigens kann Ihre Mutter sie beim Kochen beobachten. Ein kleines Bad mit Dusche ist im Erdgeschoss. Ein größeres Badezimmer mit Badewanne ist im ersten Stock. Das hört sich ja gut an. Wie hoch ist die Miete? Dieses Haus kostet weniger als eine vergleichbare Wohnung in dieser Größe. Sie müssen sich allerdings um den Garten kümmern. Das ist für den Vermieter sehr wichtig. Kein Problem. Ich arbeite gerne im Garten und meine Mutter ebenfalls. Solange sie das noch kann. Wann kann ich mir das Haus denn mal anschauen? Wir können gleich hinfahren, wenn Sie Zeit haben. Den Schlüssel habe ich hier. Das ist ja toll. Dann machen wir das doch. Nehmen wir Ihren Wagen? Ich bin noch nie mit einem Jaguar gefahren. Ja, gerne. Es ist mir ein Vergnügen. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Hallo, guten Tag. Ich habe vor einer Woche diese Jacke bei Ihnen gekauft. Leider habe ich erst jetzt gemerkt, dass hier auf dem Oberarm ein kleines Loch ist. Ich möchte die Jacke gern umtauschen. Haben Sie die Jacke schon getragen? Ja, einmal. Ich habe ja nicht bemerkt, dass die Jacke einen Fehler hat. Erst am Abend beim Ausziehen ist es mir aufgefallen. Hm. Ich schaue mal. Ja, das stimmt. Und die Jacke ist ein Sonderangebot. Leider haben wir sie nicht mehr. Ja, dann möchte ich lieber mein Geld zurück. Haben Sie den Kassenbon dazu? Hier, bitteschön. Bargeld können wir Ihnen leider nicht zurückzahlen. Dann bekommen Sie einen Gutschein. Oder Sie können sich direkt etwas anderes aussuchen. Ich möchte aber keinen Gutschein. Und ich möchte auch nicht etwas anderes aussuchen. Ich hätte gern einfach mein Geld zurück. Wir dürfen das leider nicht machen. Sehen Sie, hier steht es. Umtausch nur gegen Gutschein. Na gut. Dann geben Sie mir eben den Gutschein. Dann müssten Sie das hier noch ausfüllen und unterschreiben. Hm. Hier, bitte. Danke. Und hier ist dann Ihre Gutschrift im Wert von 99 Euro für Sie. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Restaurant Seeblick. Sie sprechen mit Herrn Scheibe. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Mein Name ist Michael Kiesler. Ich würde gern einen Tisch für heute Abend reservieren. Sehr gern. Ich schaue kurz in den Reservierungen nach. Einen kleinen Moment. So. Möchten Sie drinnen oder draußen sitzen? Oh. Sie haben auch eine Terrasse? Ja, wir haben eine große Terrasse mit direktem Blick auf den See. Das klingt wunderbar. Da heute strahlender Sonnenschein ist, würden wir gerne draußen sitzen. Sehr gern. Mit wie vielen Personen kommen Sie zu uns? Wir kommen zu viert. Meine Eltern sind zu Besuch und da haben wir uns überlegt, dass wir heute Abend schön bei Ihnen essen gehen könnten. Eine sehr gute Idee. Um welche Uhrzeit möchten Sie bei uns sein? 18 Uhr wäre gut. Hm. Um 18 Uhr habe ich leider schon eine Reservierung für die gesamte Terrasse. Die Veranstaltung dauert auch den ganzen Abend. Das tut mir leid. Oh. Das ist ja schade. Haben Sie denn dann drinnen vielleicht noch vier Plätze frei? Im Restaurant kann ich Ihnen ab 19 Uhr einen Tisch für vier Personen anbieten. Der Platz befindet sich direkt an unserer großen Glasfront. Somit haben Sie auch von dort einen wunderschönen Ausblick auf den See. Super. Den nehme ich. Eine sehr gute Wahl. Wie war Ihr Name nochmal? Michael Kiesler. Alles klar. Ein Tisch für vier Personen, heute Abend um 19 Uhr, für Herrn Michael Kiesler. Habe ich notiert. Vielen Dank. Ich habe da noch eine Frage. Ich höre. Gibt es bei Ihnen auch vegetarische Gerichte? Meine Mutter isst seit einiger Zeit kein Fleisch mehr. Wir haben eine kleine Auswahl an rein vegetarischen Gerichten. Das beginnt bei Salaten als Vorspeise und führt weiter über alle Arten von Nudeln mit Gemüsebeilagen und Gemüsebolognese. Wir haben auch viele Pilzgerichte und Aufläufe ohne Fleisch. Das ist ja großartig. Vielen Dank für Ihre Geduld. Das ist doch gar kein Problem. Uns liegt es am Herzen, dass unsere Gäste rundum zufrieden sind. Super. Vielen Dank. Sehr gerne. Bis heute Abend. Bis später. Oh, hallo, Florentine. Hallo, Anne. Wie geht's dir? Ganz gut. Ich bin zurzeit immer sehr müde, aber mit einem Neugeborenen ist das ja kein Wunder. Das glaube ich gern. Als Pascal noch so klein war, hätte ich auch jederzeit im Stehen einschlafen können. Wie alt ist denn Pascal jetzt? Er feiert nächste Woche seinen ersten Geburtstag. Wow, ist das schon ein Jahr her? Es kommt mir vor, als wäre er erst letzten Monat geboren worden. Ja, die Zeit vergeht so schnell. Sag mal, bei welchem Kinderarzt seid ihr? Bei Frau Dr. Wilke. Wieso? Ich habe gestern bestimmt zehn Kinderärzte hier in der Umgebung angerufen. Sie nehmen alle keine neuen Kinder mehr auf, weil sie zu viele Patienten haben. Was? Das wusste ich gar nicht. Aber dein Sohn muss doch zu den Vorsorgeuntersuchungen gehen. Ja, eben. Deswegen habe ich ja alle angerufen. Aber keiner will uns aufnehmen. Dabei steht die Untersuchung nächste Woche an. Ich habe morgen mit Pascal einen Impftermin. Dann frage ich unsere Ärztin mal, ob sie euch noch aufnimmt. Das wäre ja super. Vielen Dank. Das ist doch kein Problem. Wir Mütter müssen uns doch gegenseitig helfen. Ich habe da auch direkt noch eine Frage. Ja, bitte. Ich habe mich nun schon bei fünf Kitas auf die Warteliste setzen lassen. Allerdings haben die mir wenig Hoffnung gemacht, dass ich einen Platz vor Sommer nächsten Jahres bekomme. Ich muss aber ab Sommeranfang wieder arbeiten. Was mache ich denn jetzt? Das habe ich auch schon von anderen Müttern gehört. Die Situation der Kita-Plätze hier in Berlin ist schrecklich. Es gibt ganz viele Eltern, die in derselben Situation sind wie du. Echt? Das war mir gar nicht bewusst. Was mache ich denn nun? Ich kann meinem Arbeitgeber ja schlecht sagen, dass ich nicht arbeiten kann, weil ich keinen Kita-Platz habe. Ich glaube, dass ich dann meinen Job verliere. Du kannst dich ans Jugendamt oder ans Bezirksamt wenden. Das Amt ist berechtigt, einen Betreuungsplatz für dein Kind zu finden. Ich habe gehört, dass es auch Tagesmütter gibt, die die Kinder quasi bei sich zu Hause betreuen. Ja, das gibt es auch. Da sind die Gruppen deutlich kleiner und die ganze Betreuung etwas familiärer. Das kannst du auch versuchen. Aber ich glaube, dass es da auch nicht anders aussieht. Ich werde mich mal erkundigen. Vielen Dank für deine Hilfe. Ach, gerne doch. Wenn du noch Hilfe brauchst oder einfach mal reden willst, dann ruf mich doch an. Wir können uns auch gern mal auf einen Kaffee treffen. Sehr gerne. Ich melde mich nächste Woche bei dir, okay? Ja, ich freue mich. Bis dann. Bis dann. Guten Tag. Kann ich Ihnen behilflich sein? Guten Tag. Ja, sehr gerne. Ich habe seit zehn Jahren diese Brille hier und möchte gern mal etwas Neues ausprobieren. Okay. Soll es denn wieder in diese Richtung gehen oder etwas komplett anderes? Na ja, ich hätte gern größere Gläser. Bei der schmalen Brille, die ich bisher getragen habe, muss ich beim Autofahren immer den Kopf nach unten neigen, wenn ich auf den Tacho schauen will. Ansonsten schaue ich unter der Brille durch. Das nervt mich ganz schön. Verstehe. Soll die Brille denn wieder schwarz sein oder darf es auch ein bisschen Farbe sein? Ich weiß nicht so genau. Ich hole mal ein paar Modelle und dann schauen Sie einfach, was Ihnen gefällt. Ja, das ist eine gute Idee. So, hier haben wir eine Brille, die ihrer alten ähnelt, aber größer ist. Hm, nein. Ich glaube, ich hätte doch lieber etwas Frischeres. Mhm. Hier habe ich eine ganz andere Form und die Bügel sind rot. Oh nein, die Form steht mir gar nicht. Da haben Sie recht. Also eher eckige Brillen und nichts Rundes. Auf jeden Fall. Wie wäre es mit dieser hier? Die ist eckig und hat große Gläser. Wow. Perfekt. Das ist sie. Diese Brille steht Ihnen ausgezeichnet. Dann kommen Sie mal mit an den Tisch dort. Ich habe noch eine Frage. Gibt es bei Ihnen hier auch Kontaktlinsen? Ja, die haben wir auch im Angebot. Tragen Sie denn schon welche? Nein, ich wollte es mal ausprobieren. Kann ich da einfach welche in meiner Stärke mitnehmen? So einfach ist das nicht. Die Kontaktlinsen brauchen Sie in einer anderen Stärke als Ihre Brille. Die Linsen sitzen direkt auf dem Auge. Daher brauchen Sie eine geringere Stärke. Das können wir im Anschluss direkt einmal an unseren Geräten messen. Ich zeige Ihnen dann auch, wie Sie die Linsen einsetzen und worauf Sie achten müssen. Oh, super. Vielen Dank. Erstmal machen wir den Auftrag für die Brille fertig. In Ordnung? Ja, natürlich. Wie geht es dir? Hallo Kira, ich bin Olaf. Hallo Olaf. Schön, dass du anrufst. Wie geht es dir? Gut soweit, danke. Ich wollte dir nur erzählen, dass wir nach Monaten mit den Bauarbeiten endlich fertig sind. Wir sind letztes Wochenende eingezogen. Herzlichen Glückwunsch. Das freut mich sehr für euch. Ihr habt so lange gebaut und gearbeitet, das habt ihr euch aber nun wirklich verdient. Ist es denn so geworden, wie ihr es euch gewünscht habt? Ja, wir fühlen uns sehr wohl. Es fehlen noch ein paar kleinere Arbeiten in einigen Zimmern, aber wir sind erst einmal zufrieden. Wir wollten unbedingt noch vor den Sommerferien der Kinder einziehen. Die kleinen Restarbeiten machen wir nun nach und nach noch fertig. Das hört sich sehr gut an. Habt ihr eure alte Wohnung denn noch rechtzeitig kündigen können? Du hattest mir ja damals erzählt, dass es da Probleme gab. Das stimmt. Zum Glück konnten wir uns mit dem alten Vermieter einigen. Wir wussten ja nicht genau, wann das Haus soweit fertig ist, dass wir endlich einziehen können. Also konnten wir nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt kündigen, aber wir haben uns mit dem Vermieter geeinigt. Das ist ja ein netter Vermieter. Da habt ihr wirklich Glück gehabt. Ja, das ist richtig. Eigentlich rufe ich an, um dich zu unserer Einweihungsparty einzuladen. Wir wollten am 15. Juni mit allen Helfern und Freunden feiern. Im Juni? Dann feiert ihr doch bestimmt im Garten. Hattet ihr nicht eine große Terrasse geplant? Ja, genau. Wir machen eine große Grillparty mit Grill und Lagerfeuer. Die Terrasse ist soweit fertig, nur das Dach fehlt noch. Und ich habe mit unseren neuen Nachbarn gesprochen. Die leihen uns zwei Gartenschirme, falls es doch regnen sollte. Ich hoffe, Andreas und du habt Zeit und kommt auch. Aber natürlich. Es gibt da nur ein kleines Problem. Wir haben seit zwei Wochen einen kleinen Hundewelpen namens Simba adoptiert. Den können wir noch nicht alleine zu Hause lassen. Könnten wir ihn vielleicht mitbringen? Klar. Wir haben doch einen großen Garten und unser Grundstück hat einen Zaun. Da kann der Kleine freilaufen. Simone und die Kinder lieben Hunde und sagen mir immer, dass wir uns jetzt ja auch einen kaufen können. Oh, das freut mich. Vielen Dank. Sollen wir noch irgendetwas mitbringen? Oder braucht ihr Hilfe bei der Vorbereitung? Nein, die Vorbereitung ist schon so gut wie erledigt. Um die Grillsachen und Getränke kümmern wir uns. Aber wenn du möchtest, könntest du gern deinen Kuchen backen. Der ist immer so lecker. Klar, das mache ich gern. Wie viele Personen werden denn kommen? Wir warten in etwa 40 Personen. Wieso fragst du? Na, dann wird ein Kuchen nicht reichen. Dann backe ich drei verschiedene Kuchen. Dann ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das ist eine super Idee. Darf ich mir dann einen Kuchen aussuchen? Natürlich. Du bist doch schließlich der Gastgeber. Ich hätte gern diesen unglaublich guten Apfelkuchen mit Zimt, den du im letzten Jahr zu dem Picknick im Schlosspark mitgebracht hattest. Erinnerst du dich daran? Wir haben uns mit Mareike und Peter getroffen und den ganzen Nachmittag am Wasser verbracht. Ja, stimmt. Ich erinnere mich daran und weiß auch ganz genau, welchen Kuchen du meinst. Natürlich backe ich den nochmal, wenn er dir so gut gefallen hat. Oh ja. Den Kuchen werde ich dann in meiner neuen Küche verstecken, damit Simone nicht alles aufisst. Du, ich muss jetzt auflegen. Es hat an der Tür geklingelt. Das wird bestimmt schon eine von den Mädels sein. Wir freuen uns schon auf euch. Wir haben uns viel zu lang nicht mehr gesehen. Wir uns auch. Bis nächste Woche. Hi. Hi Katja. Schön, dass du da bist. Komm doch rein. Simone ist unterwegs. Sie kommt in etwa zehn Minuten. Sind Elke und Gustav noch gar nicht da? Nein. Sie werden aber sicherlich bald kommen. Gustav wollte mal zum Baumarkt fahren. Er bringt auch unsere Farbe mit. Magst du etwas trinken? Ja, sehr gerne. Was hast du denn im Angebot? Ich habe vorhin Kaffee gemacht. Und das übliche. Wasser, Cola, Säfte. Gib mir doch einfach mal Wasser. Du trinkst das Wasser lieber ohne Kohlensäure, stimmt's? Ja, ganz genau. Das bekommt mir einfach besser. Ja, ganz genau. Das macht 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 mir einfach besser. Ja, ganz genau. Bis zum nächsten Mal.